AVM FRITZ 301 Dieses Modell von AVM ist ein smartes Heizkörperthermostat mit dem Gewindemaß von M30 x 1,5 mm. Das ist das Standardgewinde für Heizkörperthermostate und ermöglicht eine flexible Nutzung. Laut dem Hersteller eignet sich das Thermostat durch seine kompakte Bauweise für die Nutzung für fast jeden Heizkörper. Der Thermostat lässt sich komfortabel via Smartphone, Tablet oder PC bedienen und ermöglicht es, die Temperatur im Raum von unterwegs aus zu regeln. Er arbeitet mit 8 Schaltzeitpunkten pro Tag, hat eine offene Fenstererkennung sowie eine Froschschutzautomatik und ermöglicht dadurch eine Heizkostenersparnis von bis zu 30%. Das FRITZ 301 hat ein sparsames E-Paper-Display. Das ist ein Display mit einer papierähnlichen Beschaffenheit, das sich laut Hersteller aus jedem Winkel gut ablesen lässt. Betrieben wird das Heizkörperthermostat mit zwei AA-Batterien. Wenn sich der Ladestand der Batterien zu Ende neigt, wirst du per E-Mail benachrichtigt. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020